Hallo liebe Zuschauer, wir befinden uns hier in Hasford im Bowling Center und wie ihr sehen könnt, ist für Frau Buchinger um 18.30 Uhr acht Personen reserviert. So liebe Zuschauer, ich trinke ein großes Cola und wie ihr hier seht, die Sabrina die trinkt eine Cola-Hefe. Lecker! So liebe Zuschauer, ich habe all you can eat, das ist heute Currywurst mit Pommes und wie ihr sehen könnt, es sieht lecker aus, es ist auch dabei Ketchup und Senf und jetzt werde ich mir das mal zu Gemüte führen und werde euch dann mal erzählen, wie es mir geschmeckt hat. So liebe Freunde und jetzt hat auch der Jackson seine Portion bekommen, er hat auch das all you can eat genommen mit der Currywurst und Pommes für 8,90 und jetzt bin ich später mal gespannt auf seine Meinung und auf sein, was er geschmeckt hat. So liebe Zuschauer, der Merlin ist hier. Merlin, was hast du bestellt? Ich habe Chicken Nuggets und Pommes bestellt, dazu schmeckt ganz gut. Schmeckt gut? Hast du schon was gegessen? Ja, ich habe schon angefangen. Jawohl und schmeckt gut. Sehr gut. Super. Und Christina, was hast du bestellt? Ich hatte einen Salat einen großen mit Fiederkäse. Und du hast es noch vor dir, ne? Genau. Ich bin jetzt mal an, dann bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Jawohl. So, nun sind wir bei der Sabrina. Sabrina, was hast du bestellt? Ich habe die Käsespätzle mit Salat. Die Käsespätzle mit Salat. Sieht auch gut aus, ne? Wir fahren mal drüber, genau. Und du erzählst uns dann später, wie es dir geschmeckt hat, ne? Jawohl. So liebe Zuschauer, nun seht ihr die zweite Portion von der Currywurst mit Pommes. Die erste habe ich schon hinter mir. Ich muss sagen, sie hat sehr gut geschmeckt. Die Currywurst war gut durch und das Gewürz auf den Pommes war auch gut und die Soße war auch gut. So, Jackson, und jetzt hier, du hast deinen Teller leer. Jetzt sagen wir mal dein Resümee. Zieh mal dein Resümee. Sag mal, hat es gut geschmeckt? Wie hat es dir geschmeckt? Hat es dir gut geschmeckt? Es war soweit in Ordnung. Ich bin zufrieden. Die nächste ist schon auf dem Weg. Von daher, war okay. Okay, super. Die nächste ist auf dem Weg. So, liebe Zuschauer, ich habe jetzt die zweite Portion gegessen und die war auch gut, so wie die erste. Und mein Gesamtresümee ist, die Currywurst kann ich empfehlen. Sie schmeckt gut. Sie ist gut gewürzt. Und die Pommes sind auch gut. Und ja, kann man einfach nur empfehlen. Ganz toll. Rot ist rot. So Sabrina, jetzt erzähl einmal, wie hat es dir denn geschmeckt? Ja, hat gut geschmeckt. Hat gut geschmeckt? Die Käsespätzle mit Röstzwiebeln und Salat. Und du hast einen Beilagensalat gehabt, ne? War der frisch, ja? Ja. Okay, super. Danke dir. So, Merlin, wie war es denn jetzt? Jetzt hast du alles gegessen. Wie hat es dir geschmeckt im Gesamtresümee? War sehr lecker. War sehr lecker, ja? War sehr lecker. Okay. Kannst du weiterempfehlen? Ja, klar. Top. Danke dir. So, und jetzt haben wir noch die Christina. Christina, wie hat es dir geschmeckt, der Salat? Ja, war sehr lecker, ganz frisch. Alle Zutaten waren auf dem Punkt. Und ich würde es jedem weiterempfehlen. Also du kannst den Salat auch weiterempfehlen? Ja. Okay, das ist ja insgesamt ein sehr gutes Resümee für uns, ne? So, liebe Zuschauer, und hier haben wir die Petra. Und die Petra hat auch nichts gegessen, sondern nur getrunken. Ja, stimmt. Stimmt, ne? Ja. Und sie trinkt einen Rotwein. Wie schmeckt der denn, Petra? Der Wein ist gut, wie immer. Der Wein ist gut, wie immer. Du trinkst öfters mal hier Wein? Ja, ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Und ich bin schon Experte und das ist gut. Okay, super. Vielen Dank. Gerne.